moin moin und herzlich willkommen zurück zu redgard ja wir haben jetzt in der letzten folge im drachen getötet wir haben die schatzkammer geplündert so können dort noch ein paar mal machen sogar tatsächlich ich hoffe das spiel schmiert mir jetzt gleich nicht ein ich habe mir hier einen neuen kaffee gemacht so gönne mir jetzt auch direkt einen flug ist aber noch sehr sehr heiß und jetzt ist die frage zu wem müssen wir die bachen kommen auch schon direkt angelatscht hier so wir gehen jetzt hier mal rein und gucken vielleicht weiß er wo wir jetzt hin müssen wir haben ja jetzt das amulett wieder zurück i have the gem i have the soul gem brother can you work its magic no i can't cyrus you need a mage for this not a priest the magics are on a like in practice besides you need the ring tool to read the body of the stasis field so the soul can transfer the ring too i cannot use you even have it yes when you have everything you need to bring the prince back except for the wizard who can use exactly okay mir fehlt also mir fehlt jetzt also ein zauberer er ist ein priester und kein zauberer wir brauchen zauberer weil wir hatten doch mit irgendjemandem mal gequatscht gehabt der also ein gastarbeiter necroman 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 neil says he can't work the soldier matrix that a mages needed neil says i need the ring to dispel the stars field but that the ring is also beyond his skill war hier nicht die eine mutter oder so von irgendwem hier von heili hayli oder so magier zauberer oder sowas die ich viel geweint hatte brauchen wir die gehen da mal in quatschen mit derma vielleicht ist das wirklich was wir brauchen ja jetzt ihr geht mir jetzt bitte nicht auf ein krater könnte man auch so eine der wachen hier einfach mal ein foto von dem bild von dem und dann so trader könnte man auch wirklich ein geiles mien drauf machen ja schwimmen wir hier rüber wir brauchen die wachen wenigstens tausend jahre bist du bei mir sind wo die mich hauen können da kommt schon die nächsten wasser toll ja okay wir haben aber auch genug an links an heilen trinken zur not aber ja dann gehen wir mal hier rüber da war es quatschen mal mit der vielleicht machen wir auch hier ein save game hallo so die ist doch magier oder nicht ah das helis äh grab mangai saban äh help with soul gem saban i need you a help with this soul gem äh is it ready yes it's at the temple don't worry i can sneak your mother past the guards i'm going to i'm going to no i need you to get the league really yes but we have to hurry go to the lighthouse and signal for them tell them it's revolution time what's the signal on on flash i can't understand any of that cyrus just kidding i'll tell you on the way tell your mother the plan and hang up with the key to walk not high no doggo dup tralik since so gott kulugou ähm okay sehen wir jetzt noch ein video okay jetzt geht die revolution los oder wie die wache merkt nix okay jetzt bin ich gespannt was jetzt auf uns zukommt das ist prinz a torah okay die kommen auch von okay die kommen auch von Noa, No, Nugaro, Tutoro, Noa, Nugo, Gow, 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 Gow. Ja, okay, mit der Musik auch okay, Gow. Die Soul Gem. Es fliegt einfach zu ihr rüber, nice! Es ist ein Abfall eines Barschans. Wir müssen uns das Karteiteln. Wir müssen uns das Karteiteln übernehmen. Wir müssen uns das Karteiteln. Wir müssen uns das Karteiteln. Wir müssen uns das Karteiteln. Tootrain, Lomo. Was ist das? Hat es funktioniert? Entschuldigung, Cyrus. Was ist passiert? Was hast du falsch gemacht? Es funktioniert nicht. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert, Redguard? Ok. Die Sorge. Oh, Danny. Seine Sorge ist in der Sorge. Mutter? Wie ist das passiert? Sie wissen nicht. Es war... Wer weiß, wie es passiert? Es ist vorbei, Cyrus. Wir können keine Sorge. Wir sind vorbei. Wir sind vorbei. Ist das wie Sie honorieren Sie Ihren Prinz, dann? Ich dachte Sie, Basil. Aber nie vorher. Ein Bruder. Wir haben alle wartet für den Prinz zurück. Jetzt, dass er zurück ist, Sie gehen. Die Formen ist anders. Aber sein Spirit ist hier. Hier. Und ist sein Spirit nicht der wahrsten Teil von ihm? Ist es passiert, dass vielleicht er diese Formen und Symbolen als ein signer seiner Intention? Ich. Vielleicht, diese Sorge, in Hated Delay, snared helpless in einer Jewel, während seine Männer schlief und schreckt ihre Dutaten. HIS Dutaten. Vielleicht, diese Sorge sich selbst mit diesem, und bei kein Fehler kommt zu Ihnen jetzt, in noch mehr Fine und Final Form, als dies. Eine Sorge. Sie sagen, Sie können nicht folgen, eine Sorge? Ich sage, dass Sie sich aus Ihrer eigenen zu lange. Warum sind Sie hier, aber zu kämpfen? Ihr Prinz hat Ihnen gezeigt, die Formen des Mänen des Mänen. Ja, das Mänen selbst. Und diese true, unerring Reiser's message ist klar, beyond words. Aber jetzt ist nicht die Zeit für words, sondern für brave hands, bright swords, und Blut. Aye, die Leute, es geht um Blut jetzt, zu lange frozen in Ihren Vahnen. Und Sie lieber sich selbst be rigid, als folgieren Sie mich. Na gut, wenn Sie nicht, dann schämtlich wissen Sie, dass Ihr Prinz wird, für seine Blut ist auch solid, aber strahend zu sterben, und temperiert in Death. Arise, wie er, wie Schäden, wie wir wie er, wie er, wie er. Der Prinz ist tot, Gott lebt der Prinz! Der Prinz ist tot! Lange lebe der Prinz! Was können wir tun? Ihr sollt den Harber erheben. Wir können nicht mehr von ihnen kommen. Als das fertig ist, zieht es an den Imperioren, noch auf dem Wasser. Wenn sie den Harber wieder sehen, dann werden sie für die Hauptbahnhof machen. Was für Sie? Ich gehe in die Paläste um zu töten den Gobern. Du kannst das nicht alleine machen. Wie werden Sie in? Ich werde nicht alleine sein. Und der Prinz hat die Secrets. Ich komme mit dir, Cyrus. Und Sie sind nicht ohne mich. Nein. Sie helfen Basil und die Liga nach dem Harber. Wenn wir die Paläste und seine Mannen in den Harber Das muss jetzt enden. Mit der Liga auf dem Wasser wird die Paläste entfernt sein, wenn sie dich verhörst. Ich werde sie und erinnere ihn, wer ist der Karte von Strauss-Machai. Dann hören Sie über das in den Rest von Hammerfell. Dann machen wir sicher, dass es laut ist. Okay. Das... der Hintereingang Ah, der hintereingang wo wir letztens waren. Okay, nice. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also, wir sind jetzt schon im Finale, oder wie? Die Assault-Ship ist bereit, Lieutenant. Die Mann sind abohnt. Sie werden nie sehen, dass es kommen wird. Ich informiere, Herr Richten. Was war das? Er ist hier. Wir attacken die Harber. Wer ist das? Ein Mob. Wir wurden aus dem... Der Red Guard ist hinter dem Ich weiß, dass er ist. Er ist hier. Sie müssen haben einen neuen Freund. Entschuldigen den Red Guard. Entschuldigen den Red Guard. Entschuldigen ihren Leiter und sie werden auf die Pfeife. Der Dirigable ist bereit. Wir beginnen den Assault auf der Restless League der Hüte. Forget die League, Dran. Wir müssen uns evakuen. Aber... Wer ist das, der Atmeer? Der Atmeer, Mann. Es ist die Ressless League. Sie sind auf unsere Schäte. Der Red Guard. Der Red Guard. Der, den du zu tun hast, ein lange Zeit zu töten. Er hat es geschafft, in sparken die Rebellion die wir hier Wir haben nicht. Enough. Wir nehmen die Dirigable und machen für die Hauptstadt. Strauss-Machai ist verwendbar. Die Red Guard haben ihre Zeit hier. Aber ich werde zurück. Sie sind der Head von einer Flucht und der Empfehlern. Die Regions. Yo, jetzt sind wir hier. Äh, hier speichere ich mal auf die 2, würde ich sagen. So. Die Wachen sind auch schon hier überall. Wir haben ein anderes Schwert auf jeden Fall. Warte mal. Soul Sword. Oh Gott. Yo. Wenn das hier das Finale ist. So. Eine Wache will ich jetzt auf jeden Fall mal. Das sind aber sehr viele Wachen hier. Ich hoffe, die Wache ist stärker. Ja, komm. So, mal gucken. So, der nächste kommt auch. Okay. Die kommen jetzt alle. Jetzt quill der auch noch. So, komm. Den haben wir. Und jetzt quill der. Okay, den haben wir erledigt. Alter. Ah, da goldet mir egal. 5 goldet. Es ist eine Strength Potion. Eine Strength Potion brauchen wir nicht. Exzellent. Keine Ahnung, was der jetzt eingesammelt hat. Aber da vorne sind noch mal ein paar. So, machen wir die 2 auch noch fertig. Ähm. Gehen wir mal von der Blume runter. Okay. Mit der Wache geht's schneller. Wir müssen vielleicht, äh, Schillenflank nehmen. Ja, komm. Jetzt geh du mal drauf. Ja, komm. Okay, jetzt haben wir den. Ah, dann goldet mir egal. So, wo müssen wir hin? Müssen wir hier rein? Look at keyhole. So. Wir müssen erstmal vielleicht Keyhole finden. Äh, Keyhole. Einen Schlüssel finden. So. Können wir hier rein? Enter Palace. Ja, dann gehen wir mal hier rein einfach mal. Mal gucken. So. Wo sind sie da? Wo sind sie da? Ja, komm. Aber ich hab... Alter, wieder 4. Da kommt noch einer. So. Ja, komm. Jetzt hör auf. Und jetzt? Schlauere jetzt? Er ist nur 1. Oh! Okay, einen haben wir. Ja, es ruckert aber so viel. Du trifelst mit ihm. Gib ihn an mich! wo wir ein bisschen mehr platz haben so den haben und der ist nicht von hinten ok haben wir ich hoffe jetzt kein gold so noch ist er gold ist mir egal den haben wir jetzt wie viel health potions haben wir jetzt noch 23 wir haben schon fast die was die hälfte verbraucht ernster so ist hier noch jemand aber hier gibt es paar kuhn was mit dem die sind alle verschlossen ok nee das wollte ich jetzt nicht ok hier geht es nicht weiter vielleicht ein bisschen entspannter chillter laufen weil es viel ruckelt gerade sehr sehr viel so da war und noch jemand so die gehen aber auch schnell jetzt weg ja da gold ist mir egal ich will kein gold wie viel gold haben wir insgesamt gesammelt 99 gold schon wir waren auf 0 so so gehen wir erstmal da lang so so was gibt es denn hier genau die ganze zeit dritte von anderen stimmt von den wachen na da ist er so ja hör auf ok aber mit der waffe ist definitiv einfach gegen die die ah und hier geht es auf ich würde sagen wir speichern einmal hier auf na mach mal hier hin ja ja das kriegen wir nicht so einfach auf ne da kriegen wir nicht so einfach oh hier ist noch eine tür turn wheel ah hält und die tür kriegen wir jetzt nicht auch wahrscheinlich weil ich hier drin irgendwas ist dafür was es ist einer der piraten jetzt komm eine scharpe schmerzen komm oh nein ok hier sind wir drauf gegangen ne nicht die tür das wheel ich möchte das wheel drehen nicht die tür dann gehen wir mal da hoch das hin so komm blut blut ist hinter mir noch einer anscheinend nicht sieben gold ja das gold ist egal aber schön leckeres weinchen hier schön ferkel anbraten ich habe keine ahnung wo wir hingehen wo wir hin müssen wo wir hin müssen wo wir hin müssen ah hier können wir ok das ist der rauteingang ah ich weiß wo wir sind ganz am anfang waren wir immer hier als wir als wir die audienz beim gewerneur bekommen haben was ist denn hier was ist denn hier was ist denn hier was ist denn hier da ist das ist das ist das ist ne das gold wird nicht ne ne das gold wird nicht Der checkt es nicht. Der soll nach Health Potions suchen und nicht nach Gold. So, was ist das hier? Pull Lever? Wo bringt mich das jetzt hin? Okay. Noch weiter nach oben auf jeden Fall. Ähm. Ah! Exit Palace. Jetzt bleibe ich dabei erstmal. Hier auf... Ja, Cyrus 1. Okay. Bring mich nirgends wohin. Dann fahren wir wieder runter. Machen wir auch einmal voll. Wie viel haben wir noch? 21. Jetzt haben... Äh, was war das denn jetzt? Ja, gut. Wir müssen mich hier mal ein bisschen weiterlaufen und durchsuchen. Ne, von da kamen wir. Äh, hallo, Cyrus. Drehen. Gehen wir mal die Richtung hier wieder hoch. So, komm, krieg den Dorf. Ja, scheiß auf Gold. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Quack. Hier ist auch versperrt. Okay, da müssen wir aber, glaube ich, hin. So, dann sind wir wieder hier. Was gibt's denn hier? Ah. Okay. Turnwheel. Okay, was gibt's denn da? Das sieht so aus, als könnte man das benutzen. Get Bucket. Okay. Kann ich hier jetzt irgendwo das auffüllen? Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch noch weiter nach oben, okay. Aber sonst gibt's hier nichts. Doch, ein Haltrank. So, dann gehen wir langsam wieder runter. Na, komm, geht doch runter. Ach, wir sind wieder hier. Wo wir alle getötet haben. Okay, wo müssen wir dann stattdessen hin? Ja, komm. Kann ich jetzt Wheel... Nee, Wheel kann ich jetzt gar nicht mehr machen. Gehen wir wieder hier lang. Stimmt, gibt's hier noch irgendwo. Nein. Cyrus. Das war die falsche Richtung. Hier gab's doch bestimmt noch andere Türen und Wege. Und ein Halt-Potion. Gehen wir mal da lang. Okay, da können wir nicht lang. Gehen wir mal da lang. So, der steckt hier fest. Das ist einer der Piraten. Was? Hä? Was ist mit dem? Ja, Iron Skin. Ich glaube, wir haben nur das eine da oben. Nur den einen da. Also den hier. Oder wir gucken mal. Ging's hier noch irgendwo anders weiter? Ich glaube nicht. Das war jetzt nur der Weg hier runter. Okay, das war jetzt nur der hier. Wofür habe ich jetzt eigentlich den Eimer eingesammelt? Boah, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir finden das in der nächsten Folge raus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao! Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, 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 ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020